Session 2, Modul 3, Wechselseitige Nasenatmung. Wechselseitige Nasenatmung für 5 Minuten vor der Meditation. Wir wollen diese Atemtechnik jetzt gleich mal ausprobieren. Sie heißt wechselseitige Nasenatmung und wird seit Jahrtausenden verwendet, um den Geist auf einfache Weise zu beruhigen. Du wirst abwechselnd mit dem linken und dem rechten Nasenloch atmen. Lege also zunächst mit deiner rechten Hand den Mittel- und Zeigefinger sanft auf die Stirn. Schließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke Nasenloch ein. Atme mit dem Bauch tief ein, halte für einige Sekunden die Luft an und öffne nun dein rechtes Nasenloch. Lasse also den Daumen los und schließe das linke Nasenloch mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch aus. Atme durch das rechte Nasenloch ein, deinem Lächeln. Schließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen. Lasse das linke Nasenloch los und atme durch das linke Nasenloch aus. Aus dem Bauch heraus mit einem Lächeln durch das linke Nasenloch einatmen. Schließe das linke Nasenloch mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch wieder aus. Atme durch das rechte Nasenloch ein und wechsel, schließe dein rechtes Nasenloch und atme durch dein linkes Nasenloch aus. Atme durch das linke Nasenloch ein und mache nun einige Minuten lang mit einem Lächeln weiter und genieße die Ruhe und Entspannung, die sich einstellen wird. Bitte mache fünf Minuten wechselseitige Nasenloch und atme durch das rechte Nasenloch einatmen vor deiner 20-minütigen Meditation. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020